Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir alle spüren, dass der 26. September die anstehende Bundestagswahl eine Richtungsentscheidung für unser Land darstellt, für unser Volk darstellt. Es geht um viel. Und deswegen bitte ich Sie zunächst zur Wahl zu gehen, Ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Und ich bitte Sie mit beiden Stimmen die Christlich-Sozialunion zu unterstützen. Wir können eine gute Bilanz vorweisen. Deutschland steht gut da. Ökonomisch geht es uns gut. Geachtet sind wir in der Welt und in Europa. Und wir bieten ein starkes Zukunftsprogramm an, das vor allem zusammenführt. Nicht spaltet, sondern Partnerschaften praktiziert. Ich bitte Sie vor allem, dem Bernhard Los Ihre Stimme zu geben, Ihrem Direktabgeordneten in München-Nord. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er die starke Stimme der Region ist, ihrer Stadtteile ist und in Berlin zum richtigen Zeitpunkt die Hand hebt, wenn es um diese Interessen geht. Und er hat sich eine Position in Berlin gearbeitet, wo auf ihn gehört wird. Deswegen bitte ich Sie, geben Sie ihm Ihre Stimme. Unterstützen Sie ihn, weil eine starke Rückendeckung auch eine Stärkung der Region darstellt. Zwei Stimmen für die CSU. Zwei Stimme.